Musik 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 was gehabt mein name ist nick und heute kommt noch ein unboxing und ich wünsche euch viel spaß bei dem video leute ich bin so gespannt was das sein wird also mein papa weiß es ja aber ich weiß es nicht okay es geht nicht so gut und leute das ist dieses geile teil seht ihr es aber deine hand schneiden wir dann raus oder so den karton ach so da unten ist das auto ich meine das da unten drunter ich krieg es nicht ab ja schon wieder so eine der leute und jetzt kommt der große moment jetzt kriegen wir es immer noch nicht ab oh was das geht nicht raus hallo hat dann leute so gut leute da ist das teile ding was für ein ding das teile dinge ist ein kabel dabei ist ein paar davon da ich kenne es nicht und dann haben wir hier noch mal ein paar Ersatzklammern also wir haben diese klammern da und hier auch mal das nice auto ist von unten ein bisschen angeklatscht schon aber ist egal ja so wie es auch aussieht ist es ja auch ein gift aber der spoiler der hält nicht so gut papa wollen wir mal ausprobieren tschüss 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 tschüss